oder nicht sind sie sind die geistesgleichen jetzt hören sie mal zu jetzt hören sie mal zu sie hören wir mal zu ja man komm auf den punkt wir haben Wir haben... Kannst du mir einen Gefallen tun? Äh, was denn? Mich mal versuchen zu schubsen. Und dann? Sollte ich dich schubsen? Weil ich mich irgendwie nicht bewegen kann. Ich hab das Gefühl, ich bin... Oha! Du sollst dich schubsen und nicht klatschen, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles gut bei dir? Komm, ich hänge dich wieder auf diesem Fenster! Alter! Machst du das mal krank? Ja! Also ich hätte es gefühlt, hätte er sich davor noch in die Handfläche gespuckt. Ich hatte einen Krampfangfall. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie er starb. Ganzkörperkranz. Genau wie bei Max. Bist du wieder ein bisschen lockerer geworden? Ja, ich musste mal wieder aus den Fängen geschoben werden. Okay, er hat sich das aber auch... Maxi, du hast es dir aber auch nicht zweimal sagen lassen. Du hast keine Sekunde gezögert. Du hast keine Sekunde gezögert. Hallo Winter. Ähm... Kann ich sprechen? Hallo Kim? Ähm... Danke. Ähm... Ähm... Hallo Winter. Meine liebste Ehefrau. Hallo Winter. Äh... Passt doch zwischen uns. Also wenn ich... Ja, ich müsste vielleicht mal einen Schränke aufbauen. Aber okay. Das kriegen wir hin. Ich... Ich hoffe, du trinkst da einen... Echt jetzt? Warte. Oh mein Gott. Das war vielleicht... Mach mal nochmal... Kommst du bitte wieder runter? Komm her. Ich fang dich. Alles gut. GG. Komm runter. Nein? Okay. Gut. Mach mal einen Handschlag nochmal. Ja, wieso nicht? Du hast dann halt... Oh mein Gott. Guck mal wie cool das aussieht. Sonnenuntergang. Ja, ja. Jetzt Garage. Ja, Moment. Aber... Oha, ja stimmt. Aber nicht verlieben in mich, okay? Ich bin hetero. Nee, passt schon. Okay, cool. Check. Das ist nur der weggerannt ist, oder nicht? Der hier? Das ist der. Kuckuck. Kuckuckpa. Hä? Was macht der denn? Kuckuck. Was macht der denn? Ich hab keine Ahnung. Ach weh, wird keiner... Sag mal! Mike! Mike! Mike, hast du Probleme? Was ist das hier heute, ey? Mike, hast du Probleme? Hallo? Mike, wer hat dir weh getan? Alles okay? So. Mike, ich schick dir ganz schlimme Nachrichten jetzt gleich. Ich schick dir schlimme SMS. Yes! Dafür würde ich meine Klatsch nehmen. Oh man, für dieses Essen Ordnung. Ja, wie geht's gut? Ja? Ja, was denn? Soll ich deinen Po kneifen? Oh ja, gerne. Moment ganz kurz, ich muss noch kurz was sagen. Dicker. Ich klick mir schon mal Knarrhofen. Ich wollte ihnen noch kurz was sagen. Ähm, Vorsicht, nicht so nah ans Fahrzeug, sonst ist es ein bisschen gefährlich. Aha. Schöne Grüße von dem Mr. McGarrett. Ey, sind sie geisteskrank? Arschloch. Was denn? Was war? Ist das passiert? Nee. Kopf foltern, die können mich mal im Arsch lenken. Ich bin tot. Ja. Und McGarrett auch. Ich sitze im Taxi und mache Blödsinn. Danke, Andrew. Ich mach zu, Andrew. Ja, mach mal zu. Nein, der muss raus. Warte. Kommst du doch raus. Nein. Lass zu. Lass zu. Ihr seid nicht drin, solange ihr beiden bekloppten da draußen seid. Kommst du doch raus. Hier drin kann mir nichts passieren. Nein. Wie kommt ihr nicht rein? Mensch, kommst du doch raus. Komm raus. Komm raus. Komm. Komm, ich halte dich drauf. Komm. Ich halte dich doch auf. Komm raus jetzt. Kommst du jetzt raus. Die Scharniere, die halten das doch nicht auf. Wenn du nicht rauskommst, dann komm ich rein. Komm mal im rein. Mensch, warten sie doch mal. Wenn ja, sollte er es doch gar nicht sagen. Hm. Ja, fünf Minuten, maximal. Hallo. 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 Pinkelpause oder so. Dann muss er. Oh. Pinkelpause. Das sowieso. Na toll. Lolle. Pinkel. Bis zum nächsten Mal. Nichts gods. In ist einmal. Wir rart und auf Buddha.